Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Gothel. Wir haben hier noch ein paar Racer, die wir abmurksen wollen. Ich hoffe der eine kommt jetzt nur zu uns. Die müssen wir ja alle hier für die Erfahrung abmurksen, klein machen, fertig machen. So, ich merke ich muss ein bisschen leider machen das Spiel. Ich weiß jetzt nicht wie laut das bei euch ist, aber ich sehe dass bei mir hier schon richtig stark ins gelbe schon reingeht. Mikro muss ich auch ein bisschen leiser machen, sehe ich gerade. Vielleicht nicht so leise. So. Und den schnappen uns auch noch. So. Dann haben wir sie alle in diesem Bereich. Irgendwie Orks da oben, das wird aber ein bisschen Heal. Die sind heftig. So, jetzt erstmal wieder was futtern. Ne, nicht die Halkränke. Hier, Seraphis. Eichenblatt. Können wir auch noch essen. Orkblatt. So, und jetzt sind wir wieder voll. Gehen wir hier mal weiter. Da sind auch noch ein paar Racer. Ein paar viele. Schaffen wir es nur einen anzulocken? Die sind immer zu fünft. Ich brauche jetzt aber nur einen. Ja. Komm. Komm zu Papa. Ja, komm. Und du bist ein Feiny. Ja, ganz, ganz feiner. Hier liegt jetzt aber sonst nichts rum, was ich mit mir könnte. Den nächsten jetzt bitte. Komm. Nee, nur einer. Einer reicht. Ja. Genau, du. Du reichst schon vollkommen aus. Okay, jetzt müssen wir eben wieder was futtern. So, Mana. Ist jetzt nur noch das hier wieder übrig. Aber egal, ein paar Healtränke haben wir jetzt ohne Ende. Und was? So. Ja, du bist der nächste. Du darfst auch mal dran. So. Der nächste bitte. Ja. Komm hin, mein Kleiner. Ja. Komm, spiel. Komm. Ja. Jetzt kommt der nächste auch schon angeschissen. Jo. Komm, hau dich kaputt. Okay, neuche war ein bisschen langsam, aber haben wir auch geschafft. Den hatten wir schon. So. Nehmen wir mal alles mit, was wir hier finden. Flammenloren haben wir hier auch wieder. Heilkräuter. Vielleicht jetzt auch mal wieder was futtern. So. Hier. Heilkräuter. Und wieder Fleisch. So, das müsste reichen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier oben noch irgendwo irgendwas ist. Wir könnten aber jetzt vorsichtshalber nochmal speichern, dass wir wenigstens hier landen, nachdem wir die alle abgeschlachtet haben. Ach, das ist ein Baumsturm. Was sonst gibt es hier nichts? Auf der anderen Seite auch nichts. Im Wasser sehe ich jetzt auch nichts. Ja gut. Und hier noch ein Orkblatt. Wo führt der Weg hin? Bin jetzt auch neugierig. Gespannt. Bestimmt irgendwo, wo wir schon längst waren. Natürlich irgendwo, wo wir schon längst waren. Da geht es ja zu Xaras. Wo wir nicht hin kommen. Wo wir nicht vorbeikommen an dem einen. An den, an den beiden Golems. Den Steingolem und den, äh, Eisgolem. Dann gehen wir mal hier oben rum. Vielleicht haben wir hier irgendwie irgendwo irgendwas übersehen, vergessen. Ach ne, das führt ja wieder zu der einen Burg, wo wir nicht hin wollen. Dann würde ich sagen, wir machen uns lieber dann auf den Weg in die anderen Wälder. Da gibt es ja noch ein paar Schattenläufer, die wir vergessen haben. Die noch Erfahrungspunkte geben. So, die geben ja 400 glaube ich. Wir brauchen jetzt noch ungefähr 1000, nicht einmal mehr, nicht einmal mehr tausend Erfahrungspunkte. Da ist ja noch eine Höhle. Waren wir da schon drinnen? Ja, die waren wir hier schon mal drinnen. Weil hier jede Menge, äh, Razor glaube ich waren. Ich bedauere es, dass wir jetzt aber keinen Hammer haben. Wegen dem Steingolem. Und der ist schon heftig, was er wieder zuschlagen kann. Aber ich gehe davon aus, dass das eine Ding da, wo wir gerade auf dem Weg waren, äh, das eine Turm, dass das der von Xaras ist. Gehe ich stark von aus. Aber egal, wir haben hier noch ein paar Schattenläufer, die wir besiegen können. Wir haben hier eins, zwei, drei, drei Wälder definitiv. Vier. Wo ein paar Schattenläufer sein können. Vielleicht sind wir auch schon stark genug gegen die, äh, die Sumpfpfeil. Weiß ich jetzt nicht. Können wir auch mal ausprobieren. So, der will uns sicher aufs Maul geben. Mit Sicherheit. Hat er noch irgendwie was Neues? Nö. Der besitzt gar nichts mehr. Außer einen Bolzen. Ist Diego noch hier vorne? Diego ist noch hier vorne. Können wir auch mit Diego mal reden. Dass wir allen Bescheid gesagt haben. Ähm. Ja. Hallo. Ich will hier weg. Ich stecke hier fest. Nein. 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 Und ich habe hier das letzte Mal gesch... Ah. Schrecklich. Okay. Dann machen wir uns direkt auf den Weg in Richtung Diego. Mal mit den Quatschen. Inhalte. Mal mit den Quatschen. Mal mit den Quatschen. Wie ich das bisher mitbekommen habe, auf jeden Fall. Äh, hier Korqa Long böse geworden und Gommes ist böse geworden. Jetzt muss nur noch, also unsere Feinde geworden. Jetzt muss nur noch irgendjemand aus dem neuen Lager aufzunehmen. Wir können aber auch mal gucken, ob ich vielleicht doch noch ein, hier ein bisschen reinkommen. Es sind zwar viele Orks, aber wir können es mal riskieren. Dass wir zumindest einen bis maximal zwei hier anlocken. Ja, einer. Der feststeckt. Kann ich vielleicht noch einen anderen anlocken? Den da. So. Eine Waffe. Erstmal futtern. So. Ah, und nochmal so. Wen können wir jetzt stattdessen anlocken? Ah. Okay. Zwei würden noch gehen. Jo. Das war ein bisschen viel. Wollte nur einen anlocken. Nicht gleich zwei. Das sind Ork-Krieger, die sind ein bisschen heftiger unterwegs. Ah. Das kommen gleich beide. Jo. Und den kaputt. So. Noch einmal. Ich brauche nur einen von denen, ja? Ah, ja. Ach, nein. Jo. Ich weiche aus. Wieso weiche da nicht aus? Wieso kann ich nicht ausweichen? Wieso funktioniert das denn ausweichen nicht? Okay. Okay. Langsam. Ganz langsam. Ah, jetzt kommen Trotzenzwei. Wieso rennst du nicht? Verlebe ich das? Bringt das sogar noch hinterher? Kann ich wenigstens ein loswerden und dann den anderen? Komm schon. Das ist doch nicht deren Ernst. Die sind aber auch schneller. Oh, hier ist Rathus. Das ist doch nicht deren Ernst. Ich wechsle mal auf den Bogen. Ne, ist vielleicht doch keine gute Idee. Jetzt können wir vielleicht einen anlocken. Aber wir nehmen die Dinger hier mal mit, die wir vergessen haben. Und haben wir auch noch wieder was vergessen. Egal. Einen wollen wir. Ja, genau. Einen. Dich. So, dann den nächsten. Der noch da ist. Komm. So. Geil. So. 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 Fressen. Komm. Komm. Wir machen. Wir machen mal das Fleisch so gut es geht mal leer. Ja. Wir haben eh viel zu viel Fleisch. So. Dann können wir das jetzt auch nochmal speichern. Gehen wir mal ganz langsam rein. Hurra. Wie sieht denn das hier aus? Wie viele Orks hier sind. Äh. Das sind doch zu viele. Ich will nur gegen einen. Wir springen, bringen wir gerade glaube ich nicht viel. Von der Geschwindigkeit. Aua. So. Okay. Den Konsoluten. So. Fordern wir noch einmal. Wir müssen deutlich mehr auf Sperke gegen gleich. Und wir brauchen bessere Waffen. So. Nochmal. Speichern. Ist wichtig. Aber gegen den Steingohle und den Eisohle kommen wir momentan nicht an. Wie siehts aus? Ach. 138.000 brauchen wir als nächstes. So. Wen locken wir jetzt an? Das sind schon ein paar viele. Ist mir doch ein bisschen zu viel mit den Orks. Das würde ewig dauern bis wir hier durch sind. Mit der Strategie. Mit der Taktik. Wir gehen vielleicht erstmal in die anderen Wälder. Wirklich. Quatschen nochmal mit Diego. Wir können jetzt von ihm nochmal 10 mal in Stärke investieren. Also 10 Punkte in. Genau in Stärke. Dass wir dann bei 86 sind. Was ist denn das Maximum an Stärke? Was man hier haben kann? Ich gehe mal davon aus, dass es 100. Genauso wie von allem anderen Attributen, dass man auch maximal 100 machen kann. Ja. Die dürfen jetzt unbewaffnet sein. Ja. Ja, verschwinde. wir haben ja keine namen also bei denen wäre es egal ob wir die töten glaube ich ich lass die noch am leben ich will erst irgendwann später alle umbringen wir wollen jetzt aber erstmal zu diego und bescheid sagen dass wir für dessen treffpunkt oder die truppe die sie die sich treffen wollen alle schon bescheid gegeben haben hallo okay ja nicht kannst du mir was beibringen ja bei mir kannst du lernen deine geschicklichkeit zu verbessern okay stärke und noch mal stärke eine kampfkraft ist um einiges gestiegen komm bald wieder es gibt viel zu lernen mach's gut das speichern wir auch mal so hier können wir auch noch mal speichern und dann ab in den wald oder die wollen wir jetzt auch mal in ruhe lassen wir wollen jetzt im wald wir wollen jetzt die schatten neu versuchen und noch ein paar andere kreaturen die die vielleicht vergessen haben auszuschalten zu töten wegen der erfahrungspunkte so wo haben wir den einen vergessen nein hier nichts runterrutschen da ist er schon ordentlich dass wir den jetzt auch packen hier gibt es aber sonst gar keinen mehr von denen in dem wald gucken wir mal vielleicht noch im nördlichen teil aber sonst viecher und sehe ich jetzt keine mehr höre ich keine also keine die relevant sind man hört hier so paar ein paar vögel vögeln oder sowas so den weg haben wir noch gar nicht ah ich höre hier was vergessen so jetzt können wir die auch looten hier wieder zurück dann gibt es hier auch irgendwo die orkunde die wir auch vergessen hatten übersehen hatten alle die feuerwarane unten hier sind wir jetzt da haben wir noch ein turm die haben wir vergessen die war ein bisschen heftig da sind sie geben sogar fünf erfahrungen 500 wie viel erz haben wir insgesamt kann ich jetzt nicht sehen so mana 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 leben mana hier leben leben da muss ich davon auch noch ein paar geben wir haben sogar ein bisschen mehr haben uns drei im visier gefällt mir gerade gar nicht okay aber wir haben gegen alle drei ist geschafft so ich will den anderen ich will den anderen auch noch so und der hier jetzt brauchen wir noch einmal Sklavenbrot können wir uns gönnen der gibt mana leben ich brauche leben nur noch das fleisch aber wir haben es jetzt ordentlich dezimiert das fleisch was uns noch fehlt also was was heißt fehlt also was was wir haben so 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 Nice. So, sonst gibt's hier eigentlich nix zu looten, ne? Da drin gab's nix. Warte mal. Hier oben waren wir noch gar nicht. Hier gibt's auch nix. Hier auch nix. Hat sich voll gelohnt. Okay, und dat haben wir überlebt. Nice. So, aber irgendwo gab's noch Ork-Hunde, meine ich. Hier. Ich glaub, da oben waren sie irgendwo. Also, wir können das jetzt auch mal speichern. Wir haben die alle erledigt. Und in dem Turm waren wir auch noch gar nicht. Können wir auch mal reingehen. So, noch mal hoch. Achso. Ist von der Seite? Ja, ich muss von der Seite hoch. Sieht aus wie ein alter Leuchtwurm. Hier gibt's aber gar nix. Also oben zumindest. Mal gucken, ob's unten was gibt's. Harpchen bestimmt. Oder Skelette. Gucken wir mal. Ich will jetzt aber hier auch nicht aus Versehen runterfallen. Tatsächlich, ja. So, wir liegen noch oben. Tatsächlich Skelette. So, was gibt's denn hier noch? Ich seh hier gar nichts. So. Hier geht's sogar noch tiefer runter. Okay, da bin ich gespannt. Wo geht's... da lang? Nirgendwo. Da bringt mir gar nix hier zu sein. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge erkunden wir hier mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und... Ciao! Ich bin's, ich bin's, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020